Ja hallo, Thomas Klein von Klein Marketing, Coaching und Consulting Services. Ja hallo, Thomas Klein von Klein Marketing, Coaching und Consulting Services. Ich habe mir für dich eine Checkliste überlegt und zusammen mit meinen Mitarbeitern erarbeitet, mit insgesamt 12 Punkten, die 12 wichtigsten Punkte unserer Meinung nach, die du dir überlegen solltest, wenn es darum geht, deine Zielgruppe zu definieren. Ja, worum geht es? Es geht darum, dass ich spezialisiert für die IT-Branche mit Hunderten von Kunden in den letzten Jahren gesprochen habe und häufig für Kunden gearbeitet habe, die auch der Meinung waren, dass die eine oder andere Marketingmethode nicht funktioniert. Und letztendlich hat sich herausgestellt, dass sie sich unterm Strich noch nicht wirklich darüber Gedanken gemacht haben, wer denn eigentlich die aktuelle Zielgruppe ist. Denn häufig ist es eben so, Märkte verändern sich oft sehr häufig sehr schnell und auch immer schneller und damit eben auch die Zielgruppe. Also Zielgruppenverständnis und überhaupt Zielgruppendefinition ist das A und O für erfolgreiches Marketing, für jede erfolgreiche Marketing- und Vertriebsmaßnahme und Aktion und Kampagne. Und deswegen hier mein Beitrag für all diejenigen in der IT-Branche, die sich mal darüber Gedanken machen möchten, ob sie vielleicht in der Zielgruppendefinition das eine oder andere übersehen haben. Du hast hier zwölf Punkte von mir, zwölf Fragen, die du dir selber stellen solltest. Und kannst du hier frei erhältlich runterladen von meiner Webseite. Klicke einfach hier unten links auf den Button und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bis dahin, dein Thomas Klein. Klicke einfach hier unten.